hallo grüß euch ja heute gibt es von mir einen kleinen tipp einen quasi einen lifehack und zwar die frage ist was macht ihr ihr seid unterwegs so wie ich jetzt outdoor habt ihr ein tolles motiv vor augen nehmt die kamera raus und da ist ein großer fettfleck drauf und ihr habt leider euer reinigungsset zu hause vergessen wie kriegt man das in der wildnis im outdoor bereich ganz einfach schnell wieder sauber das erfahrt ihr in diesem video die situation habe ich ja schon geschildert ihr seid unterwegs ihr habt ein tolles motiv vor augen und möchtet es gern ein foto machen und nehmt gerade die kamera raus und beim kontrollblick stellt ihr fest da ist ein fleck auf der linse ein großer fettfleck mitten vorne am frontglas so kann man nicht fotografieren man könnte es da irgendwie mit einem tuch oder mit dem t-shirt herumrippeln wir wissen das soll man so nicht machen da gibt es eine bessere virtuelle und zwar ihr nehmt einfach die sonnenblende setzt sie richtig auf das objektiv und was ihr dann noch braucht ganz einfach ist ein wenig katzenfutter ja katzenfutter reicht zum objektiv reinigen ich zeige euch jetzt gleich wie als erstes gebe ich einmal das objektiv von der kamera runter denn die kamera braucht man da ist im weiteren verlauf nicht wichtig ist oder hilfreich ist die sonnenblende andersrum drauf zu setzen auf die auf das objektiv und jetzt kommt ganz einfach das katzenfutter auf mein objektiv wichtig ist dass man das da schön verteilt so richtig schön auf das objektiv auf das frontglas drauf relativ wichtig ist auch dass man nassfutter verwende ich habe mit trockenfutter schon verwendet versucht das funktioniert nicht so gut und bei nassfutter gibt es ja auch verschiedene marken ich denke am besten ist nassfutter das richtig viel soße drinnen hat so dass man das richtig schön verteilen kann der setzte so und was man dann noch brauchen ist ganz klar eine katze dahinten sehe ich schon eine stelle das ein bisschen weiter weg von mir und da kommt er schon damit ja und er ist jetzt schon die katze kommt und ist schon dabei das schöne katzenfutter da aufzuschlecken das ist genau wie die katze das fein säuberlich das ganze futter aufnimmt und damit natürlich mit der ganzen ganz genauen mit der säuberlichen und sehr gründlichen katzenzunge schön das objektiv reinigt das ganze objektiv wird richtig schön ja abgeschleckt die katze verwendete zunge ja direkt auch um sich selbst zu einigen und ja das dauert ein bisschen bis die katze dann fertig ist wichtig ist natürlich bei fremden katzen dass man nicht unbedingt jetzt zu nahe hingeht zu der katze weil beim fressen sind die katzen ein bisschen eigen und wenn dann alles weggeschleckt ist irgendwann wird er sich dann entschieden entschließen einfach wieder weg zu gehen dann ja ist die katze wieder weg und mein objektiv ist blitzeblank und schön sauber geschleckt richtig schönes feines objektiv haben wir jetzt und jetzt können wir hergehen unser objektiv wieder montieren wir setzen dass die sonnenblende wieder richtig richtig zum fotografieren als jetzt auf das objektiv und können wieder schön ein foto machen was ist mit der miete katze schleicht noch ein bisschen herum da soll man ein schönes foto machen von der mieter katze machen wir ein mieter katzen foto ja und das kleiner bonus tipp falls ihr unterwegs seid und keine katze gerade findet das funktioniert auch mit füchsen da muss man sich allerdings ein bisschen gedulden weil die füchse bei weitem nicht so zutraulich sind am besten ist wenn sie outdoor irgendwo übernachtet einfach das objektiv mit dem katzendorf vor das zelt stellen am nächsten tag ist alles sauber ja und für alle die jetzt immer noch glauben katzenfutter auf dem objektiv wäre eine gute methode es zu reinigen empfehle ich einen kurzen blick aufs heutige datum april april ja und falls jetzt doch noch wissen wollt wie man wirklich objektive reinigen sollte dann verlinke ich euch ein video von mir in den show notes und damit möchte ich mich wieder verabschieden viel spaß mit fotografieren ciao und viert euch